Wir sind zurück. Wir müssen jetzt die Maschine betreten, ohne Alice und Boris bzw. Tom, ohne Waffen. Wir können uns hier nur umgucken, weil die beiden nicht in die Tinte treten können. Also, machen wir uns auf den Weg und versuchen, die Armen zu retten. Sie hätten mir wenigstens eine Waffe geben können, das stimmt allerdings. Das neue Gamer-Essen. Schikorill mit Gurkenquark, damit man nicht Wetter zunimmt. Bist du ein Bild? Ja, wenn du auf der Lehne bist, dann... Was tun wir jetzt? Das habe ich noch nie gesehen. Oh, aber da ist wohl niemand mehr Lebendiges drin. Oh, ihr nehmt ne Dusche. Er nehmt ne Tintendusche. Warte mal, warte mal, ich hab gerade was... Guck mal, wer da ist. Boris, ja. Ich sehe einschlüssel. Hier ist aber nichts zu sehen. Gut. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Oh, wo sind wir denn hier? Das sieht ja sehr... Nett aus. ...einladend aus. Mein Thron, mein Thron. Guck mal, dreh dich mal nach... Warte mal. Nach links. Guck mal. Titanic. Ach ja. Das ist die Titanic. Was ist das? Äh. Ach, da ist dieser Affe mit den vier Beinen. Guck mal. The Witcher Gang. Lol, wach so ein Bendy. Die Witcher Gang. Bendy and the Chain Trouble. Gibt's die Comics denn überhaupt wirklich? Ja, es gibt manche Videos davon. Okay. Wir müssen es abspielen. Okay. E. Es ist einfach beeindruckend, was er mit seinen eigenen Händen erreichen kann. Ein Klumpenton kann sich in etwas Bedeutsames verwandeln. Äh, mach doch noch schneller. Schau, was wir erschaffen haben. Wir haben das Leben selbst erschaffen. Nicht nur auf der großen Leinwand, sondern auch in den Herzen derer, die mit unseren raffinierten Bewegtbildern unterhalten haben. Aber, als Ticketverkäufe zurückgingen, als das nächste große Ding erschien, blieben nur die Monster übrig. Schatten der Vergangenheit. Aber du kannst sie hatten, Henry. Du kannst sie ablösen. Das ist der, der uns hierher geholt hat, ne? Ja. Du siehst, es gibt nur eine Sache, die Bendy niemals gewusst hat. Er war von Anfang an dabei. Ah, habe das nie gesehen. Die End. Oh. Oh. Hallo, Freund. Hallo, Bendy. Nicht. Ach, du hast doch schon... Nein. Ähm. Was tust du? Ich kann mich nicht bewegen. Noch größer. Ähm. Ja. Oh. Kumpel. Du hast schöne Zähne. Au. Oh mein Gott, an die Wand. An die Wand. Doch nicht da, an die Wand. Ach so, ja. Du rennst nicht. Oder? Mann, mal guck mal, was das Objective ist. Ich renne mal selber. Glaube ich. Ja, warte mal, was ist denn... Betritt hatten wir doch schon. Naja, da sind wir jetzt mittendrin, ja. Na los. Wie schmeckt's denn? Mhm. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, an welche Wand wir müssen. Da ist ja gerade an mir vorbeigerannt, ne? Mhm. An die Wand. Ich glaub, wir müssen davon fünf Stück öffnen. Hier ist nichts, ne? Ne. Ne. Okay. Ah, da tobt er gerade lang. Weil ich glaube, da war es einer oder so. Ist das mal hier weg? Ja. Bleib an der Wand. Okay. Oh, einer Wand. Bleib an der Wand. Wie viele Hebel sind's denn? Also hier sind auf jeden Fall keine Schlüsse. An den Großen. Cool. Ah, da ist er noch. Da muss ich direkt rüber. Immer an der Wand. Oh mein Gott. Ist die erschrocken? Da. Da, 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 da. Wann ist alle Hebel? Wie viele haben wir schon? Noch einer? Ich weiß es nicht. Guck mal nochmal rum. Welche Tür muss denn offen sein? Ich weiß nicht. Hä? Ich weiß gerade nicht. Ich glaub, wir müssen drei oder... Ah! Boah! Ich bin erschrocken. Oh, der hat uns erwischt. Oh mein Gott. Kannst du alle Hebel nochmal machen? Nein. Ich weiß nicht. Wo ist die Tür? Hm! 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 Warte. Warte. Sag mal! Renne doch nicht an die Wand. Natürlich muss ich an die Wand. Oh Mann, ja, nie da vorne. Oh mein Gott. Ich hab hier. Ich hab da aber irgendwas gesehen. Ich weiß nicht, ob es drei oder vier Hebel sind. Und das ist das Problem. Ich glaube, ich weiß nicht, vier oder drei. Das war knapp. Ich glaub da drüben oder so. Oh, da ist noch einer! Sag mal! So fett bin ich doch nun nicht! Doch! Oh mein Gott, hab ich gleich gelacht. Ich hab die Befürchtung, müssen alle Hebel nochmal machen. Ne, müssen wir nicht. Geh da nochmal hin und ich glaube, der Hebel ist runtergedrückt. Nein! Der kommt doch gleich wieder angerannt. Ja, guck mal mit da. Immer an den Wänden bleiben. Der ist unten. Guck mal, die bleiben unten. An die Wand! Mal an die Wände. Ich weiß nicht, wo lang. Ich auch nicht. Ich hab's verlernt. Ich hör ihn. Ah! Sag mal! Seit wann dreht der einfach um? Ne, der war an der Wand, aber der ist da rausgekommen. Der ist da rausgekommen. Drecksack. Mann! Das geht ja wohl nicht. So schwer halte ich das nicht in Erinnerung. Ich auch nicht mehr. So, jetzt muss ja irgendwo das scheiß Tor offen sein. Soll ich mal machen? Ne. Du kriegst es doch wieder nicht hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Der kam von hinten. Ich mag es nicht, wenn er von hinten kommt. Das ist nicht mein Problem. So ist die KI eingestellt. Oh. Na, guck mal mal. Die werden es schon schaffen. Wir schaffen das nur. Wir haben es damals fast beim ersten Mal geschafft. Also bitte. Ja, in zehn Jahren schaffen wir es. Ich würde es nicht probieren. Lauf doch nicht rückwärts. An der Wand. und langsam. Mama. Nicht zu schnell. Warte, bleib an dem... Bleib an der Wand. Bleib an der Wand. Ich muss da rüber. Warte. Oh, warte. Da kommt er, glaube ich. Ja. Über mit dir. Genau. Lauf an der Wand. Oh, wie? Warte, hier ist die Tür. Warte, an die Wand. Das ist die Tür? Nein, das ist nicht die Tür. Oh. Darf ich mal kosten? Ja. Oh mein Gott. Das ist so witzig. Okay. Salat? Aber halt mit Gurke. Geht? Ein bisschen bitter. Du dämlich ist Mistvieh. Ich bin der Mann, der hatte ich früher nicht erwischt. Das schmeckt mir gar nicht. Wenn der dich jetzt wieder umrennt. Ich fühle mich lieber an mein Kindergebot. Bist an der Wand, ne? Ja. Das ist die Tür. Was müssen wir machen? Das ist ein Loch. Ja? Der hat uns durchgeschmissen. Da kann man nicht durch. Okay, also wo ist die? Vielleicht ist es auch ein Hebel mehr. Bleib an der Wand. Bleib an der Wand. Ich weiß es nicht. Was? Da! Ja, ja. Renn, 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 renn. Hier. Ja. Jetzt waren fünf Stück. Du bist sicher hier? Ja? Ja. Du bist sicher. Du das sagst? Also mir schmeckt das gar nicht. So, die geht automatisch auf. Ich will ja nicht schreien. Ich gehe nach Hause. Was? Die können sich selber retten. Komm. Ich mach. Ich brauche, du weißt nicht, wie es geht. Irgendwie musst du dich gegen die Säulen hauen, ne? Mhm. Ich glaube, hinter die Säulen, wenn auf die Zug rankommt, weg von der Säule. Mhm. Da drüben ist es. Ist es eine Waffe? Ja. Was ist da? Oh, oh. Oh, oh. Das Rohr. Oh mein Gott. Nicht um Rohr rumlaufen, du ist gut. Oh mein Gott. Was machst du? Was machst du? Weg da. Oh, du hast eins kaputt gemacht. Ich habe irgendein Glasbrechen. Oh. Aber der kommt. Oder? Wo ist er? Oh, da. Oh, er hat instant zerstört. Instant. Oh. Ja. Sag du doch mal zu mir, was machst du? Da hörst du nichts? Nee, ich wollte nicht mal hauen. Oh Gott, weg da. Lauf, 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 lauf. Hinter das Glas. Oh. Hat dich erschlagen. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Letztes Rohr. Das muss doch wehtun, von Tinte geschlagen zu werden. Bestimmt tut das weh. Ich kriege es nicht. Wenn ich ans Mikro stoße. Ich kriege es nicht hoch. So, letztes Rohr. Hier sind alle kaputt. Es ist richtig. Ja? Sicher? Oh ja. Es war richtig. Es ist alles kaputt. Aber wo ist Bendy? Back. Who's laughing now? Was ist? Who's laughing now? Ich weiß. Who's laughing now? Warte. Ja. Achso, du hast jetzt die CD. Spiel das Ding ab. Was? Du hast die CD. Spiel das Ding ab. Ja. Abfahrt. Oh, hallo. Hallo. Ich hoffe. weil er entweder wie gesagt wurde es erschaffen weil die kunden immer mehr wollten oder er hat wirklich aus bänden monster gemacht also aus einer band die figur um ja die immer größer kommst du ran so ja so sind wir denn hier ist es aber ich bis heute das ende nicht ganz verstanden habe was er erzählt das ist eine bändifigur ja die sich so aus wie meine es ist es nicht schöner wenn man sich zoffen beim spielen so früh habe ich nicht vor einer weiteren stunde zurück erwartet jetzt versuchst du mir nicht der ihn da eingeladen hat ich denke schon dass du fragen hast das tust du immer die einzige wichtige frage ist wer sind wir henry ich dachte ich wüsste wer ich bin aber der erfolg hat mich hungrig gemacht nichts ist übrig als zeilen auf einer seite letztendlich sind wir zwei verschiedenen von uns selber gewählten faden gefolgt du einer reizenden familie ich einem korrupten imperium ich war auf einem falschen pfad und ließ keine kreation zu meinem lebensziel werden in wahrheit warst du immer gut darin mich zu drängen alter freund mich zu drängen das richtige zu tun hat es mich etwas mehr drängen sollen henry besuche den alten workshop gibt es etwas was ich dir zeigen möchte und wir sind wieder hier die frage ist jetzt was hat wollte er jetzt damit erreichen vielleicht schickt er ihn wieder zurück weil er ihn daran hindern möchte die falschen dinge zu tun aber wir haben es offensichtlich noch nicht geschafft also nochmal henry sind wir joey war der mit der maske sammy und wer war sammy mitarbeiter ja okay und wer ist er irgendwie das gefühl er ist henry er nicht er henry sondern am joey ich habe irgendwie das gefühl er ist joey ju joey ju das war doch der chef von allem ja das eben war joey ju denk ich auch okay aber wer sammy ist und warum sammy so durchgedreht ist weiß auch keiner ich habe mir jetzt nicht durchgedreht er wurde auch er ist einer von den tinten typen geworden hm das war bendy und inkmaschinen wir haben aber noch eine sache moment für mich immer noch oh tintmaschinen guck mal das ist die tintmaschine ja die inkmaschine bei sich zu hause eine nachgemachte oh gott was ist das congratulations on your was succeed succeed you beat pal your best pal henry stein okay und er sagt jetzt tell me another story okay es gibt jetzt noch eine sache und das ist das museum hm das haben wir jetzt noch hm wir können auch das museum machen ja dann können wir mal reingucken das stimmt nur macht bitte nicht falsch dass wir noch mal alles von vorne machen müssen ich schneide es ich schneide es hier gleich mal raus ja dass ihr euch das nicht alles angucken müsst und dann gehen wir mal rein archives da können wir rein ja jetzt bin ich mal gespannt jetzt guck ich mir das mal weil ich mich mehr da ich mich da rum du willst okay dann mach das ja kars willkommen zu den archiven wenn ihr ein gemischchen begangen als der als äh äh was timidly bekannter entwickler cartoonist damit herum experimentierte eine eine skizzierten 2d stil in eine 3d welt zu transferieren nachdem sich diese idee zu einem horrorspiel entwickelte wurde kapitel 1 des spiels in weniger als einer woche mit dem programmierer freund mike mood erstellt und am 10 februar 2017 veröffentlicht zu ihrer großen überraschung traf es quasi über nacht genau den nerv der weltweiten indie spieler das stimmt mich auch timidly und mike mood entschieden sich alle anderen projekte zu reduzieren und nur noch an bänden an bänden zu arbeiten und eine einzigartige tintengeschichte zu erzählen das gesamte spiel wurde an anderthalb jahren von einer kleinen aber engagierten gruppe von indie-etwicklern kapitel für kapitel fertiggestellt obwohl das konzept und die geschichte wie ursprünglich beabsichtlich unverändert bleiben sollten veränderte sich das spiel im laufe der entwicklung da charaktere und modelle von ihnen frühen bunt zusammengewürfelten versionen bereinigt wurden dieses archiv ist ein blick hinter die kulissen während dieses prozesses los geht's schauen wir mal diese pflanzen diese pflanzen diese hässlichen pflanzen guck mal wo die drin sind in einem topf das ist der fällt dir was auf an dem topf nein das ist der den uns alles gegeben hat mit der mit der suppe oh mein gott die pflanze wächst in bacon henry stein ok lesen wir jetzt nicht alles hä wir sehen gar nichts ich gehe mal ganz kurz rauf auf die stelle bleib mal kurz da stehen dass es zu sehen ist so wer das jetzt lesen möchte drückt jetzt einfach kurz auf pause und wir gehen weiter jetzt machen wir mit allen schildern da einmal rauf gehen das ist das und dann was das erste modell von von wenn sie mal in dem frühesten konzept war wenn die viel kleiner und süßer mit einem sich öffnenden gesicht das einen furchteinflößende mund offenbarte zeig mal ach so sollte er mal aussehen okay süß aber auch tödlich alpha bandy das ist das originale und im spiel verwendete design von tinten bandy aus der frühesten version von kapitel 1 im entwickler team wird er er wird es scherzter als vogel kacke mit einem lächeln bezeichnen was als vogel warte mal wie sieht denn der aus naja hey das ist ja wirklich vogelscheiße ja durch das gesicht ja was ist das das ist der beta bandy der beta bandy den habe ich auch gesehen der sieht schon besser aus dies war tinten bandys form bis zur veröffentlichung von kapitel 4 zu dieser zeit erhielt das spiel ein großes visuelles upgrade und die titel helden helden erhielt ebenfalls ein neues modell okay geil oh mein gott da ist die tinten hand die bilder an der wand auch cool so tinten bandy das ist jetzt der originale den wir haben tinten bandy wie wir sie heute wie wir sie kennen bandy ist eine frau die bandy ne das haben sie falsch geschrieben ich weiß es stand eben schon mal sie es ist eine sie nein für mich ist es ein er doch obwohl sie beta bandy ähnlich war wurde diese verbesserte wieder umgestaltet mit einer höheren anzahl von polygonen und neuen tinteneffekten h sieht man ja oh mein gott das ding ist eklig das ding ist eklig beast bandy tinten bandys schreckliches finale form in kapitel 5 legte die cartoon fassade ab und enthüllt den dämon in ihr warte ich mach mal dann kann ich auch halten wenn ich lauft warte beta forcher ach das sind die dinge ach so das sind die dinge okay geh mal weiter warte mal darf ich mal weiter machen bitte so final forcher das ist das ding was wir gegen gas wir gerade geh mal einfach weiter die sind jetzt nicht so interessant ah später sammy mit seinem ersten auftritt kapitel 2 wurde fan favorit sammy lawrence zu einem erschreckend unterhaltsamen charakter da sein schlanker körperball als nicht bedrohlich genug galt wurde er umgestaltet und erhielt ein besseres skelett für fortgeschrittene animationen ja das stimmt so und das ist der finale sammy das und den sammy lawrence endgültige form wurde mit einer größeren statur und stärkeren gliedmaßen komplettiert der verrückte song songwriter war er okay wird jetzt endlich wahrgenommen zumindest von fans guck mal der hat auch jetzt unsere axt ach das sind die typen ja als ob der bewegt sich sogar das sind alice unsere die richtige alice das ist äh tom ich beta boros sehr gut das war der aufgeschnittene geh mal weiter ich mach hier der ist das guesting boros der wolf boros der wolf du hast du jetzt auch nochmal ich muss und weiter dann gibts warte mal und dann gibts noch brutaler boros so und dann haben wir noch brutaler boros das dir riesending alles ähnliches monstrosität brutaler boros war eine der größten überraschungen von kapitel 4 sein grober entwurf basierte auf dem frankenstein monster allerdings mit einem unvollendeten aussehen alles entfernte teile aus seinem inneren und ersetzte sie sich durch andere dinge die sein körper jedoch schnell absorb so warte mal lass mich mal weiter gehen ich weiß ich weiß was mir weiter geht ich suche ich suche was ganz wichtiges was suchst du denn guck mal wer haben wir noch die hier ist die butcher gang die finde ich einfach nur eklig und der kopf der aus dem karussell genau ich weiß nicht mehr wer hieß wo ist denn der projektionist wo ist denn der projektionist den vergeht mäßig aber warte mal ich weiß noch die tintmaschinen hier oben sind die bilder die tintmaschine original tintmaschine vor allem großen visuellen abgibt wurde diese version der tintmaschine im spiel verwendet ein großteil des ikonischen und von fans geliebten designs dieser maschine wurde in die endgültige version übersetzt ja wo ist der projektionist war wahrscheinlich hinter dieser tür oder so kann man dahinter gehen ich glaube eher da kommt man hier wieder raus ne versuch's mal die bilder sind auch cool warte mal warte mal ich brauch mal für den letzten teil hier ein cooles ein cooles bild ich möchte unbedingt den bandy haben den beast bandy das ding ist awesome das sieht awesome aus warte mal geh nochmal zurück warte mal das da hätte ich auch gerne mal das ist da das ist Joey Drew Studios ja wir beenden die geschichte so ähm ja raus kommen wir hier nicht außer durch warte probier mal nochmal da durch zu laufen vielleicht gibt es da was vielleicht ist sie ja auch dahinter warte mal kannst du nichts machen warte mal gib mir nochmal kurz okay du stößt an die kopfhörer an oh wo dann ist das nicht gut warte mal mhm klar schade den projektionisten hätte ich gern nochmal gesehen ich auch das was mein kind letztes entdeckt hatte ja war natürlich leider gottes dieser bandy shop wo es wirklich was ist das eigentlich das ist ein ein beanie ach so das ist ein riesen ding das ist ein beanie von 7 auf 18 und was ist das da kann ich den drin transportieren oder was ja ink bandy jumbo beanie plush okay huge size das ist das ach so kommt mit einer premium tasche super soft und cuddly ach so von 7 zu 40 cm alter das ist riesig wie groß ist denn das ja groß ja also auf jeden fall war es keine gute idee diesen shop zu entdecken hier gibt es wirklich alles klamotten spielzeug die haben sogar slime ähm figuren eine axt die axt sie haben alles ja aber ich habe jetzt meinem kind gesagt es tut mir leid da muss er aktuell äh leider drauf warten bis zu meinem geburtstag mindestens weil wir können das nicht alles bestellen du siehst ich habe die sachen auch erstmal wieder rausgenommen ja wie was na die wir eigentlich abgepackt hatten wieso die hat nur noch so lange ne weil im laufe der zeit gehen die eh raus wenn sie verkauft werden manche sachen wird es dann auch später wenn wir bestellen nicht mehr geben ja und dann äh ich will aber meine axt und meine bennie maske ja wenn es die da wenn es die da noch gibt kann auch sein die ist runter gesetzt dass es die zu wenn ich zu deinem geburtstag bestelle nicht mehr gibt also alles was ich will ist meine bennie maske und meine axt ja und wenn es die nicht gibt was ist denn haben wir pech gehabt dann müssen wir woanders gucken oder ja aber wie gesagt das ist mir jetzt ein bisschen teuer ne ok wir haben einen ink bandy und einen normalen bandy ja so aber an dieser stelle verabschieden wir uns jetzt von euch dann haben wir uns noch ein paar sachen angeguckt das ist ganz cool hiermit ist also bennie und die maschinen beendet durch wir haben die kapitel durchgespielt wir werden uns haben wir uns jetzt geeinigt ne nochmal bau ist unsere dacke rival angucken ja weil wir das beide gar nicht kennen und wissen was dort funktioniert oder was nicht äh das werden wir noch machen ja und dann warten wir geduldig also ihr kriegt natürlich videos von mir ja aber wir warten geduldig dann endlich auf bennie in the dark in the dark in the dark revival yay naja wenn die in the dark revival nach deinem Geburtstag kommt ja dann hast du die Sachen ja vielleicht schon vorher wenn die Maske da wenn es die Maske gibt kannst du währenddessen die Maske aufsetzen kannst ja durchgucken wie soll ich denn das wie soll ich denn das ich weiß das ist dann so witzig ich bin ja mit der Achse und ich so oh no vielen dank fürs zuschauen meine lieben bis zum nächsten mal bye bye ciao 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 ciao